Wir machen weiter im Programm. Als nächstes Country Rock vom aller, aller feinsten. New Horses heißt diese wunderbare Band, die ich vor ein paar Monaten gesehen habe und dachte mir, das ist genau das Richtige heute hier für Limmer Live. Darum kommen Sie ruhig noch ein klein bisschen näher ran, seien Sie nicht schüchtern. Und ich dachte ja ganz am Anfang, ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie und ich lasse die Katze jetzt mal aus dem Sack. Ich habe die Tanzschule Bote heute mit ins Boot holen können, die heute mit Dominik Hoff und seinen ganzen Tänzerinnen und Tänzern dabei sind. Da vorne in der Ecke sind Sie und Sie werden hier und da auch mal ein paar Einlagen, Line Dance zu dieser wunderbaren Musik präsentieren. Darüber freue ich mich sehr. Meine Damen und Herren, frenetischen Applaus, New Horses, viel Vergnügen! Da vorne in der Ecke sind Sie. Da vorne in der Ecke sind Sie. Untertitelung. BR 2018 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 dimensional130 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ... 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